Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alex Fischer und hier an dieser Stelle möchte ich dir eine speziell aufbereitete Podcast-Folge präsentieren. Diese Folge entstammt dem Immobilieninvestor-Podcast, hat allerdings zusätzlich ein White Paper, auf dem du alles nachlesen kannst. Der Titel dieser Folge lautet Immobilie richtig finanzieren, so geht's. Sie handelt von den Grundprinzipien der Immobilienfinanzierung sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger. Ich spreche darin über Laufzeit, Eigenkapital und fortgeschrittene Spezialfinanzierung. Viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß bei der Umsetzung. So, willkommen zurück zu unserem Podcast, heute mit dem Thema Immobilien richtig finanzieren, so geht's. Ich muss das Ganze natürlich einschränken, das hier kann jetzt nur ein Überblick sein über die wichtigsten Faustformeln und Daumenregeln, wie finanziere ich richtig. Also Zweck dieser Sendung heute ist, euch zu orientieren, sodass ihr einfach ein paar stabile Informationen habt, auf denen ihr dann weiter ausbauen könnt. Man kann natürlich über das Thema, wie finanziere ich richtig sicher 4 bis 5, 500 Seiten Bücher schreiben. Nichtsdestotrotz versuche ich euch einfach mal die wichtigsten 80% in kurzen Faustformeln rüberzugeben. Wer dazu mehr wissen möchte, auf meiner Seite alex-fischer-duesseldorf.de gibt es über 15 Videos zu dem Thema Finanzierung, wie baue ich sie auf, welche Art der Finanzierung, wie bereite ich sie vor, Bankergespräche etc. Meldet euch einfach dort beim Immobilieninvestor Masterkurs an, der ist kostenlos und dort werden diese Themen neben vielen anderen, die man einfach wissen sollte als Immobilieninvestor, der auch Gewinne machen möchte, behandelt. So, zunächst einmal für die richtige Finanzierungsform ist zu wissen, was hast du denn eigentlich vor? Bist du Eigennutzer, bist du Kapitalanleger oder bist du sogar gewerblicher Investor, sprich du kaufst, sanierst und verkaufst? Heute beschränken wir uns nur auf Eigennutzer und Kapitalanleger, also Kapitalanleger wären Leute, die praktisch vermietete Immobilien kaufen und die gewerblichen Tätigkeiten, da werde ich später mal ein paar Podcasts zu machen. Sowohl zur gewerblichen Tätigkeit, als auch zu den entsprechenden Finanzierungen, die man da macht. Nichtsdestotrotz werde ich heute auch ein paar fortgeschrittene Finanzierungsvarianten erwähnen, aber das seht ihr ja gleich. Also fangen wir mal mit der Eigennutzung an, also Selbstbezug und Eigennutzung. Die grundlegende Faustformel bei der Finanzierung zur Eigennutzung lautet, so schnell wie möglich abtilgen. Hintergrund ist, dass du die Zinsen im Gegensatz zur vermieteten Immobilie nicht von der Steuer abziehen kannst. Das bedeutet, du musst sie aus deinem Nettoeinkommen bestreiten und nicht aus deinem Bruttoeinkommen. Wichtig bei der Eigennutzfinanzierung, das hat jetzt nicht direkt etwas mit der Finanzierung zu tun, aber mit dem Prinzip, was man da macht. Achtet bitte auf eine Sache, begebt euch nicht durch hohe Finanzierungsraten in das Eigennutzerhamsterrad. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ihr euch nicht solche Raten aufbürden solltet für einen kurzen Traum bzw. für einen Traum, der dann dazu führt, dass du die ganze Zeit mal wegen einen Job machen musst, den du vielleicht gar nicht möchtest oder eine andere tolle Geschäftsidee nicht umsetzen kannst, weil du einfach die ganze Zeit nur deine Raten im Kopf hast, weil du die einfach bezahlen musst. In früheren Zeiten, das hat mir meine Mutter erzählt, gab so einen Spruch, bei manchen Finanzierungen gibt es ab dem 15. nur noch Kartoffeln. Also sprich, die Finanzierung war so teuer, dass es ab dem 15. kein Fleisch und keine anderen Lebensmittel mehr gab, sondern nur noch billige Kartoffeln. Passt auf, dass euch das nicht passiert. Hierzu gibt es vor allem eine sehr wichtige Information zu wissen, nämlich, dass, das sind Untersuchungen, das physischer Besitz, das Wohlgefühl und die Zufriedenheit maximal für drei Monate anhebt. Bedeutet, selbst wenn ihr euch die Traumwohnung oder das Traumhaus kauft, spätestens nach drei Monaten fühlt ihr euch wieder genauso wie vorher. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Information, als Beispiel, ihr hättet ein Haus traumhaft, aber leider 50 Kilometer entfernt, ein bisschen auf dem Land liegend, von eurer Arbeitsstätte entfernt. Dann kauft das bloß nicht, denn das kann noch so schön sein, nach drei Monaten verblasst dieser Faktor, aber was bleibt, ist der Stress des Pendelns, jeden Morgen, jeden Abend. Das heißt also, der Vorteil verblasst nach drei Monaten, aber der Nachteil, den spürt ihr jeden Morgen, jeden Abend. Es gibt übrigens eine Ausnahme von physischem Besitz, der langfristig trotzdem das Wohlbefinden erhöht, beziehungsweise die Freude daran, das war auch Teil dieser Studie, und zwar sind das gemachte Brüste bei Frauen. Also die fühlen sich auch noch weit länger als nach drei Monaten glücklich darüber. Das soll jetzt übrigens keine versteckte Werbung für plastisch-ästhetische Chirurgie sein. Ich fand es nur interessant und musste etwas grinsen. Außerdem ist der Nachteil von ländlichen Gegenden, dass dort das Haus praktisch nichts mehr wert ist, sondern höchstens auch der Grund etwas wert ist. Das heißt also, tatsächliche Wertsteigerung des Hauses bekommt ihr dort nicht. Und es lohnt sich dann also nicht, irgendwelche größeren Sachen zu investieren, speziell wenn das Objekt schon ein bisschen älter ist oder ihr es jetzt mal 10, 20 Jahre bewohnt. Lohnen sich Investitionen nicht mehr, weil einfach auf dem Land viel, viel weniger Nachfrage ist und es viel, viel mehr Angebot gibt als in den Ballungsgebieten. Klar, wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt ländlich wohnen, ist das total okay, dann machst du das aber zum Spaß, so wie man sich ein Ferrari zum Spaß kauft. Du solltest allerdings wissen, was für finanzielle Konsequenzen das haben kann. Ist ja nicht verkehrt, wenn man es weiß. Außerdem solltest du darauf achten, dass du in einem Bereich kaufst, wo kein enger Markt ist, also sprich, wo hohe Nachfrage ist. Das würde zum Beispiel wieder gegen das Land sprechen. Es würde aber auch gegen allzu ausgefallene oder extravagante Immobilien sprechen. Würdest du jetzt zum Beispiel eine 300 Quadratmeter Loftwohnung mit einem durchgehenden Raum in Wuppertal kaufen, zu einem Quadratmeterpreis, weil es top ausgestattet von 3.500 Euro, dann würdest du auf dem zweiten Markt definitiv Schwierigkeiten bekommen, weil in ganz Wuppertal höchstens 5 Leute rumlaufen, die so etwas haben möchten. Das sind jetzt nur allgemeine Tipps zum Thema, welche Auswahl und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Finanzierungstipps. Die Regel lautet, so schnell wie möglich abtilgen und mit so viel wie möglich Eigenkapital dran. Hintergrund ist der, aktuell zahlt ihr Schuldzinsen, also Darlehenszinsen in Höhe von 2%. Das ist eh extrem günstig, aber die zahlt ihr ja netto. Eine Kapitalanlage müsste mindestens 3 bis 3,5% bringen, damit sie besser wäre als das Tilgen der eigengenutzten Immobilie. Wenn ihr jetzt also nicht einen sehr geheimen Zugang zu Geldanlagen habt, beziehungsweise einen guten Draht zu tollen Immobilieninvestoren, dann werdet ihr feststellen, dass es wirklich am schlauesten ist, so schnell wie möglich runterzutilgen. Dieser Ratschlag ist auch jetzt nicht unbedingt neu, den hört man oft, aber leider wird er falsch umgesetzt. Und zwar sieht es dann so aus, dass die Leute sagen, Mensch, ich kann mir 1.500 Euro leisten. Mit 2% Tilgung wären es, sagen wir mal, 800 Euro, aber ich mache jetzt 6% Tilgung und dann sind es eben halt 1.500 Euro. Das machst du bitte auf keinen Fall. Warum? Das ist ganz einfach, weil wenn du die Tilgung im Darlehensvertrag vereinbarst, dann musst du sie zahlen. Dieser Darlehensvertrag ist so vereinbar, der ist so unterschrieben und der ist so genehmigt. Das heißt, du bist in der Verpflichtung. Und jetzt angenommen, die Frau wird schwanger, es gibt nur noch ein Einkommen oder du wirst arbeitslos, dann ist es ein Unterschied, ob du 800 Euro zahlen musst oder 1.500 Euro. Und das hat schon den einen oder anderen kräftig in Schwierigkeiten gebracht. Deswegen mache es bitte viel schlauer und vereinbare auch als Eigennutzer nur die Mindesttilgung. Das sind aktuell eher 2%. Bestehe aber darauf, dass du eine jährliche Sondertilgung von 5% bekommst. Das heißt, du kannst 5% der Summe pro Jahr sondertilgen. Der Vorteil hierbei ist, du kannst es sondertilgen, es ist keine Verpflichtung. Und dann machst du einfach ein Sparkonto auf, überweist monatlich, wenn wir jetzt von den 1.500 Euro ausgehen, eben die Differenz von 800 zu 1.500 wären 700 Euro. Also du überweist einfach monatlich 700 Euro auf dieses Sparkonto und am Jahresende nimmst du das von dem Sparkonto und machst es als Sondertilgung. Gleicher Effekt, wie wenn du direkt tilgen würdest, nur du hast keinen Zwang. Das ist übrigens auch der Nachteil von Finanzierungen mit Bausparverträgen. Ich kann da jetzt nicht komplett drauf eingehen, weil das dauert sonst zu lang. Aber Bausparverträge müssen immer innerhalb von, sagen wir mal, zwischen 10 und 15 Jahren abgetilgt sein. Nachdem sie bespart worden sind, ist das Darlehen innerhalb von 10 bis 15 Jahren abzutilgen. Und das kann eine ziemlich hohe Belastung sein, gerade in Ballungsräumen, wo ich empfehle zu kaufen, weil da die Immobilien halt auch ein bisschen mehr kosten. Und auch wenn du diese Belastung tragen kannst, ist eben die Frage, raubt es dir die Flexibilität? Und deswegen ist die Variante mit normaler Finanzierung, also dem sogenannten Annuitätendarlehen, da gehe ich gleich noch drauf ein, mit zusätzlicher Sondertilgung die wesentlich bessere Option. Was ist ein Annuitätendarlehen? Ein Annuitätendarlehen kommt von dem lateinischen Wort annus und heißt ja. Und die sogenannte Annuität ist praktisch die Jahresleistung. Ich mache dir ein Beispiel. Hast du ein Darlehen von 100.000 Euro und hast 2% Zinsen, 2% Tilgung, sind also aufs Jahr 2.000 Euro Zinsen und 2.000 Euro Tilgung, sprich Darlehensrückzahlung. Und die Gesamtannuität wären dann 4.000 Euro, das heißt so die Annuität, also die Jahresleistung wären 4.000 Euro. So und diese Annuität bleibt völlig gleich während der Zinsfestschreibungsdauer. Es gibt also die Darlehensdauer, die ist bei 2% Tilgung aktuell ungefähr auf 30 Jahre ausgerichtet. Allerdings die Annuität ist nur festgeschrieben für die Zeit der Zinsbindung, also 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 oder 20, wie viel du halt vereinbart hast. Also diese Annuität, sprich die Jahresbelastung, würde also über den Zinsfestschreibungszeitraum, beispielsweise 10 Jahre, immer gleich bleiben. So und jetzt kommt schon die erste Unlogik. Gewinn den 2% Tilgung, eine Darlehenslaufzeit, also nicht eine Zinslaufzeit, sondern eine Darlehenslaufzeit, wo bis dahin das Darlehen abbezahlt ist, von 30 Jahren ergibt, ist das ja irgendwo unlogisch, denn 100 durch 2 würde ja eigentlich 50 Jahre dauern. So und das ist das, was man beim Annuitätendarlehen verstanden haben muss. Das heißt nämlich eigentlich nicht 2% Tilgung, sondern es heißt 2% Anfangstilgung. So steht es genau im Darlehensvertrag drin. Bleiben wir bei unserem Beispiel mit den 100.000 Euro. Nach einem Jahr habt ihr also eine Darlehensrestschuld von nur noch 98.000, weil ihr ja 2.000 getickt, sprich zurückgezahlt habt. So und wenn ihr jetzt nur noch 98.000 Euro Restschuld habt, müsst ihr natürlich auch die 2% Zinsen nur noch auf die 98.000 Euro bezahlen. Das heißt, euer Zinsanteil sinkt. Dadurch, dass die Annuität aber immer gleich bleibt, das heißt ihr zahlt jedes Jahr 4.000 Euro, natürlich in monatlichen Raten, bedeutet es, dass der Tilgungsanteil in der Annuität, also sprich in der Rate, jeden Monat ein wenig ansteigt. Das heißt, im ersten Jahr wäre er eben bei 2% und im letzten Jahr wäre er bei 99%. Weil wenn ihr dann nur noch eine Restschuld, sagen wir mal von 5.000 Euro habt, dann wird einfach fast die gesamte Rate zur Tilgung benutzt, weil kaum noch Zinsen zu zahlen sind. Das schaut euch aber am besten auf meiner Webseite an. Dort habe ich eben diese Finanzierungsvideos und das sind auch Grafiken und Zeichnungen dabei, da versteht man das dann besser. So und hier nimmt man einfach das ganz klassische Annuitätendarlehen und noch ein Tipp, die Laufzeit der Zinsfestschreibung, weil die Zinsen aktuell sehr günstig sind, auf keinen Fall unter 10 Jahren wählen, es sei denn, du möchtest schneller abbezahlen, sondern tendenziell eher länger. Manche Banken machen bis 15 Jahre, das machen die meisten und ganz einige Ausnahmen machen sogar bis 20 Jahre. Du brauchst übrigens keine Angst haben, solltest du irgendwie früher verkaufen oder sagst zum Beispiel nach 10 Jahren, nee, ich möchte alles zurückbezahlen, das ist möglich, weil diese ganzen Darlehen mit Laufzeiten größer 10 Jahre haben nach 10 Jahren ein Sonderkündigungsrecht ohne Strafzahlung, also ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Ein weiterer Tipp zur Eigenheimfinanzierung, tendenziell neigen Eigennutzer dazu, immer ein bisschen zu wenig zu finanzieren bzw. zu sparsam mit der Finanzierungssumme zu sein. Aus lauter Angst, dann zu viel Geld übrig zu haben und darauf dann Zinsen zahlen zu müssen. Sind wir mal ehrlich, 2% machen das Kraut nicht so wirklich fett. Was aber wirklich unangenehm ist, ist, wenn dir dann auf einmal 5.000 Euro fehlen, weil du das Garagendach nicht mehr renovieren kannst oder weil eine Renovierung teurer geworden ist oder was auch immer. Das musst du dann zusätzlich zur Darlehensrate aus deinem Einkommen bestreiten und das bringt dich dann in Schwierigkeiten, weil das Ganze gefährdet deine Liquiditätsplanung und deine Liquiditätslage und das ist unangenehm. Und es gibt eine alte Kaufmannsregel, die lautet, Liquidität geht immer vor Rentabilität. Das heißt, auch wenn du kein Kaufmann bist, solltest du das entsprechend berücksichtigen. Bedeutet, selbst auf das Risiko hin, ein paar Zinsen mehr zu zahlen, ist einfach weniger rentabel, aber Liquidität, sprich flüssig sein und nicht in Engpässe zu geraten, ist immer, immer wertvoller, als ein bisschen mehr Zinsen zahlen zu müssen. Weil wenn du nämlich deinen Darlehensverpflichtungen nicht mehr nachkommst, ruinierst du auf jeden Fall deine Kreditwürdigkeit und eventuell kommt dein Haus unter den Hammer und deswegen tendenziell lieber zu viel als zu wenig mitfinanzieren. Natürlich wird es keinen Sinn machen, wenn die Wohnung 100.000 Euro kostet, dann 200.000 zu finanzieren, aber es würde vielleicht Sinn machen, 105.000 oder 110.000 zu finanzieren. Noch was, lass dir als Eigennutzer nichts aufschwatzen mit Tilgungsaussetzungen, also sprich, dass du nur Zinsen zahlst und derweil in irgendeinem Depot angespart wird. Das ist alles toll, das kann man als Kapitalanleger machen, wenn man sich auskennt, aber als Eigennutzer ist das alles Käse. So, jetzt haben wir genug erzählt zum Thema Eigennutzung. Damit kannst du einfach 90% der Fälle abdecken und das sind wirklich die stabilen Informationen, auf die du dich verlassen kannst. So, kommen wir auf Leute, die Immobilien als Investment kaufen und finanzieren wollen, sprich vermietete Immobilien. Wie muss man da die Finanzierung aufziehen? Grundsätzlich gibt es da andere Regeln. Die erste Regel lautet zum Beispiel, man setzt immer so wenig Eigenkapital ein, wie nur irgendwie möglich. Das hat mit dem Prinzip Immobilie zu tun, da kann ich dir nur empfehlen. Hör dir diesen Podcast IIP0003 an, der handelt einfach von dem Prinzip Immobilie und dem Hauptunterschied zu anderen Geldanlagen. Ich fasse das aber nochmal kurz zusammen. Es gibt zwei Arten von Renditen. Bei der vermieteten Immobilie, das ist grundsätzlich die Mietrendite, also der jährliche Mietertrag geteilt durch das eingesetzte Kapital. Aber was für dich wichtig ist, ist die Eigenkapitalrendite. Sprich, wie viel Kapital setzt du ein und was kriegst du dort für einen Zins drauf? Weil kein Mensch zahlt ja heutzutage vermietete Immobilien bar, deswegen macht es auch keinen Sinn, die reine Mietrendite auszurechnen, sondern man muss sich eigentlich seine Eigenkapitalrendite ausrechnen. Und auch dazu gibt es einen Podcast, der heißt, die Nummer habe ich leider gerade nicht im Kopf, Immobilien zur Kapitalanlage, welche Renditen sind möglich? Die solltest du dir nochmal anhören, falls du die noch nicht gehört hast. Dort erkläre ich genau, warum es wichtig ist, mit möglichst wenig Eigenkapital zu finanzieren. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Würdest du eine vermietete Immobilie bar bezahlen, hättest du eine Eigenkapitalrendite von 5 bis 8%, was schon gar nicht schlecht ist. Würdest du aber die gleiche Immobilie, nochmal die gleiche Immobilie, nur mit 10% Eigenkapital finanzieren, dann hättest du eine Rendite von rund 50% bezogen auf dein Eigenkapital. Wie das genau funktioniert und warum das so ist, wie gesagt, in diesem Podcast. Also das Prinzip ist, wenn du viel Eigenkapital hast, ich sage mal beispielsweise, du hast 500.000 Euro Eigenkapital, dann solltest du die nicht bar bezahlen, sondern dann solltest du dir anstatt eine Immobilie von 500.000 bar zu bezahlen, solltest du lieber die eine für 5 Millionen kaufen, oder wenn dir das zu viel ist, meinetwegen von 2 Millionen, und einfach nur 500.000 Euro einsetzen, so dass du wirklich eine entsprechende maximale Eigenkapitalrendite bekommst. Wenn du natürlich sagst, pass auf mir, ist das alles viel zu kompliziert, Steuervorteile, Eigenkapitalrendite, ich will einfach mein Geld dahin haben und ich will maximale Sicherheit, meine Ruhe und will auch keinen Darlehen, dann kannst du das natürlich machen und dann steht es dir total frei. Aber das eine sind ja persönliche Wünsche und das andere ist Renditeoptimierung. Der nächste Punkt, den man macht, ist, man zahlt das Eigenkapital, wenn möglich, nicht unbedingt direkt in die Immobilie. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Immobilie, die kostet, sagen wir mal, 1 Million Euro. Du musst dafür laut Bank ein Minimum Eigenkapital von 100.000 Euro bringen, dann könntest du jetzt einen Kredit von 900.000 Euro aufnehmen und 100.000 direkt an den Verkäufer zahlen. Möglichkeit 1, die halte ich nicht für so schlau, sondern mache lieber Möglichkeit 2. Sagt der Bank, liebe Bank, ich verstehe das mit den 100.000, ihr finanziert aber trotzdem eine Million und dafür lege ich euch 100.000 Euro auf ein Sparkonto und dieses Sparkonto ist an euch abgetreten. Das machen die Banken gerne, weil unter dem Strich macht es für die Bank keinen Unterschied. Im Gegenteil, sie hat mehr Darlehen bei gleicher Besicherung und kriegt mehr Zinsen. Dadurch, dass du die Zinsen absetzen kannst und bei den heutigen Zinsen ist da eh nicht viel zum Absetzen, ist es für dich überhaupt kein Problem. Aber du hast jetzt zwei Vorteile. Erstens, du kannst mit der Bank ausmachen, sobald 100.000 Euro getilgt wurden, wird dein Konto wieder freigegeben und du kannst es für eine neue Immobilie benutzen bzw. dafür, um dein Eigenheim zu renovieren oder dir einen Ferrari zu kaufen. Nummer zwei, wenn du diese 100.000 Euro direkt in der Immobilie versenkst, sieht die kein Mensch mehr. Möchtest du also eine weitere Immobilie finanzieren, sieht ein Depot mit 100.000 Euro drauf viel mehr psychologisch aus, selbst wenn das Darlehen 100.000 Euro höher ist, als wenn du nur ein Darlehen von 900.000 Euro hättest und überhaupt kein Cash. Unterm Strich zwar exakt das Gleiche, optisch aber ein Riesenunterschied. Oder stell dir vor, du möchtest mal eine Immobilie kaufen und du musst einen Eigenkapitalnachweis bringen. Und zwar, weil du schnell sein möchtest, einen Eigenkapitalnachweis, der möglichst viel Euros enthält. Da kannst du jetzt natürlich deine ganz normalen Guthaben ausweisen, aber es ist auch nichts verkehrt, einfach einen allgemeinen Kontoauszug rauszulassen, bei dem dann zum Beispiel auch diese 100.000 Euro erscheinen. Die sind zwar abgetreten und du darfst auch nicht sagen, pass auf, dieses Geld steht frei zur Verfügung, aber wenn du einfach nur sagst, pass auf, ich bringe dir meinen Eigenkapitalnachweis bezogen auf das Geld, das Teil meines Vermögens ist, dann ist das total in Ordnung und du schwindelst auch nicht. Ich habe das zum Beispiel bei einer Immobilie so gemacht, die hat einen Kaufpreis gehabt von 2 Millionen Euro, 1,950 um genau zu sein, plus ich habe nochmal 600.000 Renovierungskosten mit aufgenommen und dafür wollte die Bank 300.000 Eigenkapital haben. Die Bank kannte mich recht gut und mit denen habe ich dann folgendes ausgemacht. Ich habe ihm gesagt, pass mal auf, wie gesagt, wir finanzieren volle 2,6. Ich lege euch 300.000 auf ein Depot, allerdings nicht auf ein normales Spardepot, sondern auf 10 Jahre fest, weil ich das Geld auch erstmal nicht raus möchte, auf ein Aktiendepot. Das war damals zu Finanzkrisenzeiten im Jahr 2009, das heißt, die Finanzkrise hat gerade stattgefunden und ich habe mir da meinen eigenen kleinen Hedgefonds gebaut. Warum? Ich habe nämlich gestreut lauter Bankaktien gekauft in dieses Depot. Große Banken und das gestreut, also jetzt nicht eine, sondern ganz viele. Das heißt, ich hatte praktisch die gesamte Bankenwelt in meinem Depot und jetzt konnten zwei Sachen passieren. Denn entweder alle Banken gehen pleite, dann ist natürlich nichts mehr in meinem Depot, aber dann sind auch meine Kredite nichts mehr wert und dann wäre ich auch nicht so böse, weil dann wäre meine Immobilie praktisch entschuldet, weil wenn das ganze Bankensystem platt ist, sind die Guthaben platt wie auch die Darlehen. Wie das funktioniert, dazu werde ich auch mal einen Podcast machen. Viele denken, naja gut, da sind dann nur die Guthaben weg, aber die Darlehen nicht. Nein, das ist nicht so. Da gibt es also klare Erkenntnisse darüber und das ist aus bilanztechnischer und buchhalterischer Sicht gar nicht möglich, weil sofort die ganze Wirtschaft pleite ging, wenn man das nur einseitig machen würde. Führt jetzt hier aber zu weit, wie gesagt, mache ich irgendwann mal später. Beziehungsweise auf meiner Seite alex-fischer-duesseldorf.de gibt es ein Video. Das heißt, Währungsreform, so läuft es immer ab und da ist das auch schon erklärt für die Leute, die nicht warten möchten. Und das Gute dabei war, dass ich dann die Bank auch noch überzeugt habe, die laufende Tilgung, also die monatliche Tilgung, die auch in ein Aktiendepot einzusparen. Das ist deswegen besonders sinnvoll, aber wie gesagt nur bei Kapitalanlegern, weil es da den sogenannten Cost-Average-Effekt gibt. Das heißt, wenn du monatlich Aktien kaufst oder Aktienfonds kaufst, ist es egal, ob der Kurs gerade oben oder unten ist, ist der Kurs nämlich gerade unten und du kaufst, sagen wir mal, jeden Monat für 1.000 Euro, dann kaufst du, wenn der Kurs unten ist, sehr günstig ein. Ist der Kurs oben, kaufst du weniger Aktien ein und so nivelliert sich das Ganze aus, sodass du eigentlich immer sehr, sehr günstig und antizyklisch automatisch ankaufst. Wichtig ist nur, dass du dann, wenn das Depot immer voller wird, also ich sage mal nach 10, 15 Jahren, dann solltest du genau die Augen drauf lassen, weil es bringt dir ja nichts, wenn du 10 Aktien günstiger kaufen kannst, aber 10.000 Aktien nur noch die Hälfte wert sind. Kommen wir mal nochmal zu den Zinsen. Die Zinsen sind mir bei der Eigennutzung, also wenn ich Eigennutzer wäre, dadurch, dass ich sie auch nicht absetzen kann, sehr, sehr wichtig, also dass die möglichst niedrig sind. Bei der Kapitalanlage, also der vermieteten Immobilie, bin ich da nicht so sensibel. Das heißt also, ich bin bereit, ein paar Zehntel mehr zu bezahlen, für den Fall, dass ich einfach weniger Eigenkapital einsetzen muss. Wenn du jetzt natürlich Hunderttausende von Euro übrig hast und gar nicht weißt, wohin damit, dann ist das natürlich ein anderes Problem, aber wir Immobilieninvestoren haben das Problem leider, dass wenn wir genügend Geld haben, wir sofort wieder gute Kontakte haben, um neue Immobilien zu kaufen und schon ist das Geld wieder verplant. Hintergrund ist der, wie gesagt, je weniger Eigenkapital du einsetzt, desto höher deine Eigenkapitalrendite, desto mehr Objekte kannst du einkaufen und desto flexibler bist du, weil du kannst das Eigenkapital zum Beispiel später noch benutzen, um wertsteigernde Maßnahmen zu machen, um irgendwas zu renovieren oder um mal einem Mieter eine Auszugshilfe zu geben, sodass du mehr Miete verlangen kannst. Ein ganz wichtiger Faktor bei einer Bank, wenn ihr professionelle Immobilien kaufen wollt oder das regelmäßiger oder gut machen wollt, ist, dass die Bank sehr schnell ist, weil gerade Schnäppchen sind sehr schnell weg, ihr müsst sehr schnell reagieren können. Und es gibt eben viele Banken, die schicken den Gutachter hin und der braucht erst mal zwei Wochen, bis er da aufschlägt und bis er dann das Gutachten abliefert, sind dann sechs Wochen rum und dann guckt sich der Banker das an und schreibt seine Kreditvorlage und dann genehmigt die Marktfolge, also sprich die innere Revision, wenn man so möchte, für Kredite das auch noch und dann sind es zweieinhalb Monate und glauben mir, Schnäppchen halt nicht so lange. Also ich zum Beispiel habe zwei Banken, die sind extrem schnell. Das heißt also, ich kann da innerhalb von unter zehn Tagen eine verbindliche Finanzierungszusage bekommen, manchmal sogar unter einer Woche. Und glaub mir, das ist viel wert. Und oft sind es aber auch so, dass diese schnelleren Banken natürlich dann auch etwas teurer sind, weil sie wissen, dass sie schnell sind. Gerade bei der vermieteten Immobilie muss man aufpassen, dass man nicht am falschen Fleck spart. Ich mache euch da mal eine Analogie, also einen Vergleich aus der Türkei. Zum Beispiel haben viele deutsche Türken, also die in Deutschland arbeiten, immer wieder Grundstücke in der Türkei gekauft. Und die türkischen Türken, die fanden es immer lustig, den blöden Deutsch-Türken irgendwas über teuer zu verkaufen und haben sich dann total gefreut, dass sie jemandem, ein Grundstück, das eigentlich nur 20.000 Euro wert war, doch für 30.000 oder 40.000 Euro verkauft haben. So wäre der Deutsch-Türke jetzt sehr knauserig gewesen, hätte man sagen können, Mensch, der hat zu viel bezahlt oder der ist ja gar betrogen worden und so weiter und so weiter. Und nee, die Sachen sind mir zu teuer, weil die ärgern mich und sind nicht ehrlich zu mir und deswegen kaufe ich da nichts. Tatsächlich ist es aber so, dass die scheinbaren Gewinner, die die Leute ein bisschen veräppelt haben, die schauen heute ganz schön blöd aus der Wäsche. Warum? Weil dort solche Preissteigerungen waren, dass diese Grundstücke, die damals 20.000 Euro wert waren, aber für 30.000 Euro verkauft wurden, nun 600.000 Euro wert sind und dann ist es eigentlich relativ egal, ob man jetzt 20.000 oder 30.000 Euro investiert hat. Und genau so meine ich das auch. Bitte nicht an der falschen Stelle sparen. Zinsen bei vermieteten Immobilien sind nicht so wichtig, aber immer genügend liquide zu sein, um ein Schnäppchen dann wirklich kaufen zu können und zuschlagen zu können oder eine schnelle Bankzusage, um ein Schnäppchen kaufen zu können. Das ist das Wichtige meiner Meinung nach. Ja und gerade auch hier, wenn ihr wirklich Schnäppchen jagen wollt, ist es wichtig, dass eure Bank schon immer versorgt ist mit den Unterlagen und praktisch eure persönliche Bonität und eure Einnahmen-Ausgabensituation vorher schon analysiert habt. Das heißt also, ihr solltet die auf dem Laufenden halten, die Bank solltet ihr alle Informationen schon zur Verfügung zu stellen, sodass ihr praktisch schon bewertet seid von Seiten der Bank aus und dann nur noch das Objekt bewertet werden muss. Das spart wichtige Zeit. Genau, jetzt möchte ich allerdings noch mit einem völligen Vorurteil aufräumen, das man so oft hat. Banker erzählen euch oft, ja man braucht mindestens 20 bis 30 Prozent Eigenkapital, weil alles andere ist ja unseriös von der Finanzierung her. Was für ein Quatsch. Erstens kann der Banker nicht wirklich Eigenkapitalrenditen ausrechnen und zweitens ist das einfach der Wolf im Schafspelz, weil aufgrund von Basel II ist es so, dass die Banken sehr viel Eigenkapital vorhalten müssen und auch möglichst hohe eigene Eigenkapitalrenditen erzielen müssen. Und wenn die Bank jetzt einen Kredit ausreichen will, der um die 100 Prozent des Verkehrswertes ist, dann wird es intern so kalkuliert, 80 Prozent kann die Bank sich über Hypothekenpfandbriefe leihen, also sprich sie verkauft Wertpapiere und bekommt daher das Geld und die anderen 20 Prozent sind nichts anderes als so eine Art Privatkredit intern gerechnet, der auf eure Bonität, also auf euer Einkommen und auf euer Vermögen abgestellt wird. Diese 20 Prozent in diesem Fall heißen Blanko-Anteil und Blanko, wie so vieles aus der Bankersprache, kommt aus dem Italienischen und heißt einfach Weiß. Also es ist praktisch der Weißanteil. Übersetzt heißt es aber nichts anderes als der Teil, der in der Luft hängt, wofür es keine wirkliche Besicherung in Form des Objektes gibt, weil der Banker sagt immer, naja, wenn der Markt ein bisschen schwankt und die Preise ein bisschen nachgeben, dann kann der schon mal um 10 bis 20 Prozent nachgeben, deswegen besichern die auf das Objekt bezogen nur bis 80 Prozent. So und für diesen Blanko-Anteil muss die Bank eigenes Eigenkapital zur Verfügung stellen, also sprich sie muss eigenes Eigenkapital von ihrem eigenen Eigenkapital praktisch hinterlegen dafür, dass euch der Kredit ausgegeben werden darf. Das sind um die 5 Prozent bezogen auf die 20. Bei einem Objekt von einer Million wäre also der Blanko-Anteil 200.000, dann müsste die Bank rund 5 Prozent davon aus eigenem Eigenkapital hinterlegen, sprich rund 10.000 Euro. Und weil die Banken das nicht gern tun, weil sie sehr sparsam mit ihrem Eigenkapital sind, weil sie auch Eigenkapitalrenditen ausrechnen können, zumindest die Jungs in der Chefetage, wollen die das nicht. Und deswegen erzählt dir der Banker unten am Schalter, ja, 20 bis 30 Prozent Eigenkapital müssen schon sein, sonst ist es unseriös, während die Bank selber noch nicht mehr bereit ist, 10.000 Euro von ihrem eigenen Eigenkapital zu investieren. Also das muss man einfach wissen, lasst euch da keinen Bären aufbinden. Bei entsprechender Bonität sollten 100 Prozent schon drin sein. Ich habe auch schon 130 Prozent Finanzierung gemacht, sprich Kaufpreis plus Nebenkosten plus Renovierung. Das ist allerdings die absolute Ausnahme, aber 100 Prozent ist schon etwas, was ihr anpeilen sollt und dafür müsstet ihr aber auch schon einige gute Bankkontakte haben. Ist aber definitiv möglich. Ich finanziere nie weniger als 100 Prozent. Das heißt also im Maximalfall zahle ich die Nebenkosten selber beziehungsweise hinterlege sie, wie ich euch vorher erklärt habe. Sondern damit ihr eben solche 100 Prozent Finanzierung bekommt, braucht ihr unbedingt einen guten Finanzierungsvermittler. Einer, der wirklich weiß, welche Finanzierung er zu welcher Bank tragen soll. Weil je nachdem, was ihr arbeitet, es gibt zum Beispiel Banken, die haben Vorlieben für den öffentlichen Dienst, manche haben Vorlieben für Selbstständige, manche haben Vorlieben für leitende Angestellte, manche sagen, nein, ich mag aber keine Mehrfamilienhäuser, manche mögen keine Apartments. Und diese Richtlinien und Regeln sollte ein guter Finanzierungsvermittler alle kennen, sodass er genau weiß, was er zu welcher Bank trägt und wie er es ihnen auch verkauft. Und so ein guter Finanzierungsvermittler hat natürlich auch eine ganz andere Macht als ihr. Ja, weil so ein guter Finanzierungsvermittler, ich habe zum Beispiel einen, der bringt allein der Deutschen Bank ungefähr 10 Millionen Euro Kredite pro Monat. Der hat natürlich auch einen anderen Einfluss, als du hast, wenn du jetzt zum Beispiel nur 200.000 finanzierst. Also ganz wichtig, such dir einen professionellen Finanzierungsvermittler, der nicht nur sagt, er hat gute Kontakte, sondern der sie tatsächlich hat. Dann eine Sache, worauf viele Leute reinfallen, sind sogenannte Lockangebote von Banken. Kennst du vielleicht, du fährst irgendwo lang an einer Bank und im Schaufenster liest du dann einen unglaublich günstigen Zins und denkst dir, mein Gott, ist der günstig und dann macht dir deine Bank ein Angebot und du sagst, nee, will ich nicht und stellst dann aber fest, egal zu welcher Bank du gehst, die Zinsen sind immer teurer. Das liegt da dran, weil das Lockangebote sind. Und zwar in diesem Angebot, wenn du genau liest, steht im Kleingedrunkten unten, ganz unten am Plakat mit einem schönen Sternchen dort, das gilt nur für den erstrangigen Beleihungswert. Und das heißt übersetzt, dass du ungefähr 60% Eigenkapital mitbringen müsstest, zuzüglich Nebenkosten, versteht sich, damit du diesen Zins bekommst. Wenn du allerdings 80% oder 100% finanzieren möchtest, dann gelten ganz andere Zinsen. Also das ist einfach so, dass die Banken das Geld viel günstiger einkaufen können, wenn sie nur 40% des Objektes beleihen und der Rest aus Eigenmitteln fließt. Fallt da also nicht drauf rein, das gilt wie gesagt nur für maximalen Eigenkapitaleinsatz. Das ist auch oft das Problem bei den Internetangeboten, die sind für einen Nicht-Profi nicht so leicht zu durchschauen. Dann möchte ich jetzt hier noch ein paar Worte zu Profifinanzierung sagen für Kapitalanleger-Profis. Eins zum Beispiel ist die sogenannte Euribor-Finanzierung. Und Euribor ist eine Abkürzung für European Interbank Offered Rate, kurz Euribor. Und das ist nichts anderes als ein Referenzzinssatz, also sprich so eine Art Richtlinienzinssatz, den die Banken untereinander nehmen, wenn sie sich gegenseitig unbesicherte Kredite geben. Und der entsteht durch Angebot und Nachfrage unter den Banken. Und das ist dann ein Satz, der festgelegt wird, sofern er nicht manipuliert wird, wie das kürzlich durch die Medien lief. So und die Euribor-Zinsen zum Zeitpunkt dieses Podcasts sind negativ. Das heißt, sie sind bei Null. So eine Euribor-Finanzierung funktioniert ganz einfach. Du musst danach fragen, wird selten angeboten. Aber ich sage mal, ab 250.000 Euro und entsprechender Bonität, entsprechendem Eigenkapital kannst du zum Beispiel eine Euribor-Finanzierung verlangen. Und Euribor-Finanzierungen funktionieren immer so, die lassen sich nicht festschreiben, das heißt nur eine kurze Zeit, nämlich maximal auf ein Jahr, beziehungsweise auf monatlich, auf vierteljährlich, auf halbjährlich, beziehungsweise auf jährlich. Und diese vier Euribor-Sätze gibt es und je länger die sind, desto teurer sind die teilweise, beziehungsweise aktuell macht das alles keinen Unterschied. Und das läuft dann einfach so, du vereinbarst als Zinssatz praktisch den Euribor und darauf eine sogenannte Marge. Und eine Marge ist nichts anderes als ein Spielraum. Also kommt von dem lateinischen Wort Margo und das heißt so viel wie Rand, beziehungsweise Spielraum. Genau genommen ist das der Aufschlag, den die Bank aufschlägt und was ihr Verdienst ist. Hier kann man als Daumenwert sagen, eine Marge von 1,5% ist okay. Alles, was ihr darunter vereinbart, ist ein super Zins. Dabei verlangen die Banken dann teilweise auch noch eine Absicherung gegen steigende Zinsrisiken oder gegen was auch immer. Da gibt es dann zum Beispiel Wertpapiere, mit denen man ansteigende Zinsen besichern kann und so weiter. Das nennt sich Derivate, das könnt ihr ja mal googeln bei Wikipedia. Aber wie gesagt, das sind alles sehr, sehr Details zu Profisachen, nur dass ihr es mal gehört habt. Und im Laufe dieses Podcasts werde ich dann, je weiter wir voranschreiten und je mehr wir die Basics erklärt haben, dann auch immer mehr in diese Profisachen einsteigen. Oder eben auf meiner Webseite, da habe ich das auch alles hinterlegt. So, habt ihr jetzt zum Beispiel ein Euribor auf Monatsbasis vereinbart, dann kriegt ihr jeden Monat eine neue Abrechnung. Habt ihr ihn dagegen quartalsweise vereinbart, dann kriegt ihr jedes Quartal einfach eine Abrechnung. Und da ändern sich natürlich auch quartalsweise die Zahlungen. Und dann kriegt ihr wieder für das nächste Quartal ein Angebot, wo es heißt, okay, der Referenzzinssatz steht jetzt bei hier. Plus 1,5% Marge ist bla. Also zurzeit wären es dann 1,5%, weil der Euribor ja praktisch bei Null ist. Also dann die nächste Form, die, wenn ihr finanziell entsprechend im Saft steht, wählen könnt, ist zum Beispiel die Variable Verzinsung. Eine Variable Verzinsung wählt man dann, wenn man die Zinsen nicht festschreiben möchte, weil man denkt, sie fallen noch oder sie bleiben gleich und ihr möchtet Flexibilität haben, um das Objekt jederzeit wieder verkaufen zu können, ohne dass eine Vertragsbruchentschädigung, genannt Vorfälligkeitsentschädigung, anfällt. Aktuell sind die variablen Zinsen auch ein gutes Stück unter 1%. Dann gibt es sogenannte Währungskredite. Das hat man früher gerne benutzt, weil zum Beispiel Währungen auf Euro sehr hohe Zinsen hatten. Dann hat man einfach gesagt, Mensch, nehme ich doch den japanischen Yen oder den Schweizer Franken, weil dort sind die Zinsen um die Hälfte niedriger. Das haben gerade die Österreicher gern gemacht und die bereuen es jetzt bitter. Ist also etwas, wo ich wirklich total die Finger von lassen würde und ich es auch selber nie gemacht habe. Denn jetzt hat ja die Schweizer Zentralbank vor kurzem, also im ersten Quartal 2015, den Schweizer Franken entkoppelt vom Kurs des Euro. Und was ist passiert? Der Kurs des Schweizer Franken ist um 30% nach oben geschossen. Bedeutet, hattest du ein Darlehen auf Schweizer Frankenbasis, das früher einen Wert von 100.000 Euro hatte, hattest du dann innerhalb von einem Tag 130.000 Euro Schulden durch die Veränderung des Wechselkurses. Das macht ganz schön Aua und das schwöre ich euch noch, da wird es noch jede Menge Pleiten von Kreditnehmern in Österreich geben. Alle schauen gerade nur auf Griechenland, aber tatsächlich kann man da auch ein bisschen Richtung Österreich schauen, weil ein Großteil der Kreditnehmer, wirklich ein Großteil, hat den Schweizer Franken finanziert und das wird noch lustig. So, dann gibt es einen Begriff, den solltet ihr auch mal gehört haben, sogenannte Forward-Darlehen. Das sind also Darlehen, wenn ihr jetzt schon was finanziert habt und sagen wir mal, ihr habt 10 Jahre Zinsfestschreibung, jetzt sind es schon 8 Jahre rum und die Zinsen sind jetzt besonders niedrig. Dann könnt ihr das Darlehen ja nicht ablösen, weil ihr habt ja eine Verpflichtung einzuhalten, aber ihr würdet euch trotzdem gerne die Zinsen sichern. So, und dann rechnen die Banken das intern aus, wenn jetzt momentan die Zinsen, sagen wir mal, auf 2% wären, aber wie gesagt, du kannst es erst in 2 Jahren machen und dann wäre zum Beispiel die Gefahr, dass sie auf 4 sind, dann würdest du jetzt ein sogenanntes Forward-Darlehen abschließen. Forward heißt einfach für die Zukunft Darlehen. Das bedeutet, anstatt 2% würde man dir da wahrscheinlich 2,1 oder 2,2% abnehmen, aber dafür hättest du dir dann diesen Zinssatz gesichert. Und die Differenz zwischen 2 und 2,2 sind so eine Art Bereitstellungszinsen, weil das Darlehen ist ja dann schon genehmigt und die Bank verbirgt sich praktisch dann dafür, dass du in 2 Jahren trotzdem diesen 2,2%-Kredit bekommst. Also steigen die Zinsen, zahlt die Bank drauf, sinken die Zinsen, gewinnt die Bank. Das wäre ein Forward-Darlehen. Und dann gibt es noch eine Spezialform, das ist ein sogenanntes Cap-Darlehen, Cap von Kappen. Das ist eine Mischung aus einem variablen Zins, also du hast einen variablen Zins mit einer Kappungsobergrenze. Beispielsweise du sagst, okay, die variablen Zinsen sind momentan bei 1% und dann kaufst du einen sogenannten Cap. Und das ist praktisch auch ein Wertpapier, das du mit der, oder ein Vertrag, den du mit der Bank schließt. Und für diesen Cap gibt es eine sogenannte Cap-Prämie, die eigentlich in einer Summe fällig wird, aber die wird dann auch in Raten gezahlt. Und das rechnet man dann rechnerisch einfach mit oben drauf. Und diese Cap-Prämie sorgt dafür, dass zum Beispiel sollten die Zinsen von 1% auf 3% steigen, dann greift dieser Cap, das heißt höher als 3% werden sie nicht. Und jetzt ist natürlich klar, je weiter dieser Cap weg ist, also wäre er bei 4%, wäre er natürlich billiger, als wenn er bei 3% gecappt wird. So ist es aber auch eine ganz seltene Ausnahmeform, die man in Spezialfinanzierungen benutzt. Einfach nur, dass ihr es mal gehört habt und nicht verwirrt seid, wenn ihr das mal irgendwo lest. So, und jetzt habe ich euch praktisch die Grundprinzipien erklärt, ganz am Anfang. Grundprinzipien Eigennutzer, Grundprinzipien Kapitalanleger und euch noch einen kleinen Ausblick in die komplexe Welt der Profifinanzierung gegeben. Aber einfach nur, es reicht, wenn ihr das schon mal gehört habt und es zuordnen könnt. Wichtig sind aber vor allem die Sachen, die ich erzählt habe über Eigennutzer und Kapitalanleger, weil das sind die übergeordneten, wichtigen Gesetze, die man nicht verletzen sollte. So, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber leider sind manche Themen in diesem Podcast ein bisschen trocken. Ich habe es versucht, möglichst gut und simpel rüberzubringen mit Beispielen. Falls ihr es nicht ganz mitbekommen habt, wie gesagt, schaut dann vorsichtshalber nochmal auf meine Webseite. Dort ist vieles in Videos erklärt und da auch mit Grafiken und Flipchart-Zeichnungen. Das macht es dann einfacher. Also ich habe es zumindest am Anfang nicht verstanden und ich war jetzt auch nicht doof, aber es lag einfach daran, dass die meisten Leute diese komplexen Materien nicht simpel rüberbringen können. So, in diesem Sinne viel Erfolg und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Alex Fischer. Hey, lieber Hörer. Ich hoffe, es hat dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für dich dabei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen wir hier bekommen, desto mehr Hörer bekommen wir und desto mehr Immobilienprofis kann ich für uns gewinnen. Unter www.alex-fischer-duesseldorf.de bekommst du in den Shownotes die angesprochenen Dokumente oder Links. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und bis bald.